ich bin es bei Alex Bootes von DGZ a.k.a. durchgezockt und einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch hier live auf Twitch oder bei der Wiederholung auf YouTube und wir legen hier auch gleich los in New Orleans bei SSN Creed Ach ja, wenigstens habe ich meine SSN Kleidung an, also das heißt ich könnte theoretisch auch wieder klettern, lassen wir das Spiel mal laden und dann legen wir mal los was müssen wir machen ich weiß es noch nicht da ist ein Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, E-Scoo, da müssen wir hin so, bisschen eben kurz an die Steuerung wieder gewöhnen wie immer, ja, rennen kann sehr ich guck mal auf der Map, ich hoffe die Map kommt dadurch, ja ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal das erste was wir heute machen ist, ich kann keine Markierung setzen oder mit Enter wir klettern mal erstmal eine Runde und dann gucken wir mal, wie ist hier weiter, ja, sei ruhig ach, 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 mein, warum stehen die denn alle im Weg Rennen, Rennen, dann guck mal, was halt was muss hier, hier kein Theater machen hier ich wollte nur klettern, Aua Aua, komm wer hat auch nicht geschossen welches Fall gerattert auch nicht geschossen wo ist die Ratte von wo, Aua, was bist du denn was bist du bist du komm Aua wo was ist das denn komm, ja, komm, und nochmal, nochmal, ja, brav und einmal in die Nüsse ich wollte eigentlich klettern hallo Hund das haben wir überhaupt nicht gerne, ja, das hast du auch verdient von hinten, ich wollte doch gerade mit den Hund streicheln ne naja, ja, brav soll jetzt geht es weiter hier hoch klettern wo geht sie lang ach, so, jetzt haben sie sich alle beruhigt hop, hop, hop ha, hm hm, keine Ahnung warum hm, 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 hm hm, hm, hm hm, 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 hm hm, 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 hm hm, 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 hm Abends ist sie ja eigentlich nun bald ich die Gäste es sah mehr schmerzhaft aus aber sah nur so aus wieder voller Energie das freut mich doch und auf den Kirchsturm darauf kommt es auch aber hier kommt so an der Hauptgruppen sie ist er bewegt ein Hintern nach oben wir wollen doch was machst du denn da für eine Scheiße du solltest da oben klettern und nicht darunter springen das liegt natürlich nicht an der Person zwischen Bildschirm und Rückenlehne das ist natürlich ein Computer Fehler erledigt die uns richtig verstehen die 8 die Jürgspaß ergebt GroKo GroKo und wie du springst ja noch mal da um die Ecke ja das ist ja fast an als zu Frauen zu spielen so wie hoch sollst du zack und einmal Klimmzüge ja so schön synchronisieren und haben wir synchronisiert von New Orleans Dienst so jetzt darfst du unterspringen und bitte auch nur in den Euro so wo geht es weiter lang und das darf nicht stopp ich zeig dir wie wir das in Spanien machen ja ich war mir geertet geworden die Tienes hier ist das er mit in der Karte okay alle sind zu erinnern aber die Wappel hat wird hier wird gesehen das wollen wir doch gar nicht da hallo und das war ein das war kein Zeuge ups okay meine Schuld so guck mal auf der Karte wo ist der nächste Punkt das ist natürlich in einer Festung da kommt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres hin schnellreise ist hier nicht aktiviert ja gut dann gehen wir noch mal zurück und starten die nächste Mission und erinnerungswilligen und wenn wir Spaß haben töten wir alles was wir unterwegs über den Weg läuft ja 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 ich habe heute Bock zu töten Aua 4 Männer gegen eine zielliche Frau Aua 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 Das wollen wir mal sehen. Oh, da ist noch einer. Da war noch einer. Hier, komm. Komm! Ja, ey, hier sich so anstellen, ne? Die soll eine Kiste sein. Okay, dann gucken wir mal, was in der Kiste ist. Oh, süß, die Bubbles. Der Bamzen. Der Bamzen. Der Kommt, nehm noch mal raus aus der Kiste. Oh, Geld. Wir haben Geld gefunden. Naja. Soll ich hier ein sparsamer Mensch bin? Soll ich hier in diesem Game? Ist das jetzt nicht... Überraschend viel. Ah, komm. Ah, schön. Äh. Geht das doch. Warum sich die Musik so komisch verändert, weiß ich auch nicht. Ja. Ah, ich liebe es. So, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir angefangen haben und dann können wir noch loslegen. Abrollen funktioniert auch alles prima. Ja, Tante, geh mir aus dem Weg. Und... Ja, das ist ja so... Nee, ja. Weiter. Nicht anhalten. Ich zeig euch hier anhalten. So. Oh, ho, 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 ho. In der Krimine-Montologie würde man das als Overkill bezeichnen. Nichts. Nichts. Komm, ich komme da etwa nicht drüber. Ich komme über die höchsten Häuser rüber. Aber über diese scheiß Barrikade komme ich nicht rüber. So gut, dass ihr eine Lücke gelassen habt. Naja, doch nicht so gut. Oder? Komm, ab. Prr. 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 Sollen wir jetzt hier oben rein oder unten? Prr. 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 Springen wir rüber. Ja, das ist schön. Hoppa. Mach mal auf. Veritas. Erinnerung Veritas. Aveline, bist du betrübt? Was hast du gefunden? Zu viel und nicht genug. Die Spanier stecken hinter den Entführungen. Aber die Opfer scheinen sich auf den Transport zu freuen. Wohin, das weiß ich nicht. Keiner im VW wusste es. Die Anweisung muss von ganz oben. Stamm von Gouverneur Ulloa. Versteckt er sich deshalb in Labalice, statt in die Stadt zu kommen und hier seine Pflichten wahrzunehmen? Was führt er wirklich im Schilde? Ich weiß es nicht. Doch ich finde es heraus. Das dürfte schwierig sein, solange er versteckt bleibt in Labalice. Ich treibe ihn raus und hole mir Antworten. Verhöre sind nicht gerade deine üblicher Stil. Dies sind auch keine üblichen Umstände. Gut, dann passen wir uns diesen Umständen an und planen unseren Angriff. Dieser spanische Gouverneur hat die Handelsgesetze so verschärft, dass selbst die Plantagenbesitzer nur auf einen Vorwand warten, um sich zu erheben. Ich kann mich und das Volk mischen und Ihnen einen Vorwand liefern. Oh, super. Müssen wir wieder als da unterwegs sein. So als Sklavin. Bekanntheitsgraden steigern. Okay. Warum rennst du denn weg? Ja, der rennt ja so weit weg. wie war er das Jahr der Säder so was soll ich mir machen sie unternehmen die wir lernen aber aber wir sollten etwas gegen sie unternehmen den bestätig ich jetzt auch noch so was macht ihr jetzt das holen wir alles an vom Galgen aus da hinten zeigen wir aus welchem Holz wir geschnitzt sind ja wo bin ich denn jetzt ich erhielt eine Seelen ja toll die Information eine Schiffpulverlieferung auf dem Weg zu einem Außenposten es sei denn wir fangen sie ab dafür bin ich nicht richtig gekleidet habe ich Zeit zum Umziehen ja nimm dein wahres ich an hol deine Waffen und wir gehen wir du kommst auch mit du weicher du weißt schon dass das nicht ungefährlich ist ja nun jemand muss doch navigieren mit den Kleidern Gerald ich Aveline ich scheue mich sicher nicht mir die Hände schmutzig zu machen warum solltest nur du den ganzen Spaß haben weil du ein weicher bist ich wüsste gar nicht dass du ich weiß was du denkst blond der vernünftige blond der langweiler ich bin mehr als nur ein Buchhalter Aveline nun gut du bist auch ein Navigator ein wahrer Magellan ja klar so ich muss mich irgendwo umziehen guck mal hier guck mal hier was ist denn hier machen wir das doch mal hier im Kurs mein wahres ich natürlich oh ich hab das Wichtigste dabei okay an die Gärten in Pierre die BK Barrikaden jetzt kommt die über die Kurve ist nicht über über die Holzkiste 8 okay oder einfach an der Barrikade außen vorbei jeder kommt nicht er so weil ich sportliche und sportliche Saukommission theoretisch darüber hallo für wen hältst du dich eigentlich ja 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 hehehe okay weiter geht's hmm da bist du ja Navigator Tor und dass sich umgezogen nein da ist die Kutsche du weißt was mit den Wachen zu tun ist ich warte hier die Wachen heimlich und unbemerkt ausschalten ich werde nicht mehr so guck mal kriegen wir das hin das ist nicht nah genug komm alle ab kletter hoch auch mit ihr Schatz komm 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 so so prügelt euch da auch das ist noch eine Wache was für das denn gerade jemand gepinkelt hat ich habe den Beserker Fall verpasst Prozent vor dem Besikt nicht in ihr wer hat mich denn hier gesehen Prozent Sauerweil über die so da sind die Wachen so der erste kriegt aber wirklich nochmal ach scheiße Barserker Pfeiler ich liebe Barserker Pfeiler Barserker nicht Barserker 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 so Junge das ist meine Reichweite hier 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 so lieber weg hier ich habe sie noch getroffen was soll das ich habe ihn jetzt getroffen ich habe ihn jetzt getroffen ich habe ihn jetzt getroffen so zack ja ja das war jetzt Nummer eins nö nö der wird aber nicht zum Barserker sauer nö der sauer nö nö ist nö 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 das Spiel stimmt was nicht mehr der Spieldynamik sauer zö nö 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 Machen wir den einfachen Weg. Wollt um eins. Gib um. Zack. Nummer zwei. Oh echt. Das kann doch jeder. Süß. Und Nummer drei. Nummer vier. Wie viel soll ich umbringen? Nummer fünf. Fertig. So. Das ist ja langweilig so. Die stehlen das Schießpulver. Halte sie. Halte sie. Oh. Ich mach mich schon in die Hose. Die Straße ist blockiert. Nach rechts. Ja dann geh doch noch nach rechts. Wohin fahren wir denn? Den Docks. Paar nach rechts. Links. Nach links. Das war knapp. Willst du die Züge? Ah. Rechts. Komischer. Genau. Nach meiner. Rechts. Halte ich jetzt gut fest. Ja. Geradeaus. Nach links. Nein, das andere links. Was? Nach rechts. Nein, nach links. Nach links. Oh, was bist du denn für ein Navigator? An der nächsten Kreuzung links. Ja. Nach links. Geht nicht. Und was jetzt? Nach rechts. Merk. Auf das Pferd. Los. Was? Spring. Komm. Feige Sau. Jetzt muss ich die auch noch retten. Das war nicht das Pferd. Hilfe. Hilfe. Das Lagerhaus brennt. Das Dach stürzt ein. Oh. Oh. Komm nicht raus. Hilfe. 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 Seit unser Lagerhaus brennt. Allertsance. Was? Komm, komm. Hilfe! Hilfe! Komm. Komm, stirb. So, was mit dir? Aua. So, da oben soll noch jemand sein. Komm. Es hat Wein, was hier liegt. So, hierhin jemand fehlt noch. Soll oben sein. Okay. Ups. Stell dir nie so an. So, einmal links rum. Einmal links rum. Lässt du mal Hallo? Was macht ihr hier für ein Theater? Ich will euch retten und dann schubst du hin und her. Ihre Aufmerksamkeit hätten wir. Schreckliche Weinverschwendung allerdings. Spanischer Wein taugt eh nur zum Bodenwischen. Jetzt holen wir Ujo raus aus der Balise. Ich schlage einen Rückzug zum Lagerhaus vor einem strategischen. Ja, du willst deine Hosen wechseln. Ja, ich schätze, das reicht mir fürs Erste. Vielen Dank. So, hier sind die Rachen. Die in Erinnerung haben wir abgeschlossen. Und ich würde mal sagen, das reicht auch für heute. Bei diesem Live-Let's-Play. Hat noch viel zu tun. Die nehmen wir noch mit den Typen. Ne? Hä? Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie immer am Ende meiner Videos kann ich nur sagen, ich bin der Adix Bootes von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und scheinbar wieder ein, wenn es heißt... Du bist durchgezockt. Socken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile, geile, geile Socken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.